Herzlich Willkommen zu diesem siebten und letzten Video aus meiner Reihe Karten im Geschichtsunterricht. In diesem Video beschäftigen wir uns jetzt mit den typischen Fragestellungen, die man in eine Karte stellen kann und welche Antworten man z.B. hier finden könnte. Wir haben hier mehrere mögliche Fragestellungen, z.B. was ist das Kartenthema? Welches Thema behandelt diese Karte? Welche Informationen können wir aus der Karte nehmen? Welche Staaten, Städte, Straßen, Wege, Handelswege können wir da herauslesen? Welcher Zeitraum oder Zeitpunkt wird dargestellt? Du kannst dich erinnern an die statische oder dynamische Kartenunterscheidung. Welcher geografische Raum wird dargestellt? Wird ein ganzer Kontinent dargestellt? Wird die ganze Welt dargestellt? Wird in einzelnen Ländern oder mehreren Flüsse dargestellt? Und welche Symbole werden lästig verwendet und was wird nicht dargestellt? Schauen wir uns gleich ein Beispiel an. Das hier ist eine Karte und die erste Frage lautet schon, welches Thema hat diese Karte? Welche Überschrift bzw. Titel könnte man anstelle der hier Angeführten für diese Karte nehmen? Jetzt habe ich hier kein Thema angeführt, deswegen können wir unsere Fantasie freien Lauf lassen. Wenn ich hier sehe 1492, dann denke ich gleich an Christoph Kolumbus, also an die Wiederentdeckung Amerikas. Ich sehe hier noch andere, ich sehe hier auch Kolumbus, hier Vasco da Gama und hier diese ganzen Linien und sehe dann und denke mir dann, okay, da muss ich um Entdeckungsfahrten der frühen Neuzeit handeln. Welchen Zeitraum habe ich jetzt hier? Welche Zeit? Es handelt sich hier um das 15. 16. Jahrhundert. Das heißt, meine Entscheidung ist dann die, wenn ich die nächste Frage mir anschaue, statisch oder dynamisch handelt sich um eine dynamische Karte, weil hier ein Zeitraum dargestellt wird. Es wird also nicht ein einziges Jahr oder ein bestimmter Tag dargestellt, sondern es wird hier eine Abfolge von mehreren Zeitpunkten dargestellt. Deswegen ist es eine dynamische Karte und keine statische Karte. Welche Karten-Thema könnte man sich noch ausdenken, wenn ich hier zur ersten Frage zurückkehre, zum Beispiel Entdeckungsfahrten der Spanier und der Portugiesen? Ja, könnte man sagen. Oder was sind Einflussbereiche der Spanien und Portugiesen in der frühen Neuzeit? Dann, weitere Fragen wären dann anhand eines anderen Beispiels nach dem geografischen Raum, der hier dargestellt wird. Hier haben wir eine Karte, die den Kartentitel hat, das Ende Österreich-Ungarns. Das heißt, es handelt sich hier um die Monarchie Österreich-Ungarns. Wenn man weiß, dass Österreich-Ungarn geendet hat im Jahre 1918, nach dem Ersten Weltkrieg, dann sieht man hier die Gebiete, die noch zu diesem Zeitpunkt eben dann zur Monarchie gehört haben. Ich habe das hier ein bisschen abgeschnitten. Da oben würde das dann noch weitergehen. Böhmen und dergleichen mehr. Das heißt, die nördlichen Gebiete. Da kann man als geografischen Raum mal feststellen, dass wir uns hier in Europa befinden. Wenn ich eben ein gewisses Geografisches Wissen habe, als Kontinent, dann Länder, die hier dargestellt sind, Ungarn, Österreich, dann Rumänien und dann die Teile eben dann der Monarchie. Ich sehe dann mehrere wie die Adria und der Schwarze Meer. Ich sehe in dem Fall hier jetzt auf den ersten Blick mal keine Flüsse zum Beispiel. Ich sehe aber sehr wohl Städte hier eingezeichnet, wie zum Beispiel Sarajevo, Leibach, Salzburg, in der Schweiz, Bern. Und ich sehe aber dann aufgrund dieser Legende hier, dass natürlich die die Schweiz hier nicht zur Monarchie gehört. Und dass ebenfalls zu diesem Zeitpunkt natürlich auch Belgrad nicht zur Monarchie gehört, sondern zu Serbien. Da hilft uns dann dementsprechend hier diese Legende. Und das sind diese besonderen Zeichen, die hier dargestellt werden. In dem Fall hier für Hauptstadt zum Beispiel wäre hier zum Beispiel die Hauptstadt Budapest. Und das hier wären dann andere Orte, wie hier Zagreb, Temeschwa und so weiter. Die ebenfalls bedeutsam sind, aber in der damaligen Zeit politisch gesehen eben keine Hauptstadt darstellen. Dann habe ich hier ebenfalls dann rot eingezeichnet, bestimmte Grenzen, von denen man wissen muss, dass im Österreich Friedensverträge unterzeichnet hat und hat muss, hat müssen. Und da wurde dann die Grenze zum Beispiel hier in Österreich, zwischen Österreich Italien hier am Brenner, dann zum Beispiel geschlossen. Das sind hier besondere Zeichen. Dann hier, welche Informationen, da sind wir bei einem dritten Beispiel, können hier entnommen werden, wichtige Informationen. Das ist hier zum Beispiel eine Karte. Man kann es hier lesen, dann Dichte des europäischen Eisenbahnnetzes 1896. Man kann hier sagen, dass das schon eine historische Karte ist, eine ältere Karte. Und die stellt dann dar, wie dicht ist das Eisenbahnnetz. Und wenn ich hier diese Strafierung habe, wie hier zum Beispiel dementsprechend dann in Russland oder auch hier in dem europäischen Teil der Türkei, dann kann ich sehen, dass es auf 100 Quadratkilometer nur etwa einen Kilometer Eisenbahnschienen gibt. Das heißt, es gibt relativ wenige Eisenbahnen in diesem Bereich. Dann, je dichter dieses Netz wird, umso höher ist die Industrialisierung. Hier in Großbritannien zum Beispiel ein dichtes Eisenbahnnetz. Was wird aber nicht dargestellt, das ist zum Beispiel, in welchen Bereichen Russlands es vielleicht doch ein dichteres Netz gab. Das heißt, man nimmt das gesamte Gebiet Russlands, geht davon aus, dass das dann so ist, dass es vielleicht in ganz Russland die gleiche Dichte nur gab, aber es kann sein, dass hier im westlichen Teil von Russland eine höhere Dichte gab. Und das wäre hier der achte Punkt nämlich dann. Was man besser darstellen könnte, dass man vielleicht innerhalb größerer Länder wie zum Beispiel Russlands hier Unterteilungen trifft und sagt, man hat hier einzelne Regionen, da ist dann das Eisenbahnnetz dichter und in anderen weniger dicht. Mein Abschluss jetzt wieder mein Verweis auf die Medien, die ich hier verwendet habe und ich danke für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass du in diesen sieben Videos zur Karten im Geschichtsunterricht einiges dazulernen konntest oder dein Wissen gefestigt hast. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke für die Aufmerksamkeit.